hi und herzlich willkommen zum business kung fu podcast mein name ist marco siebert und ich mache meine reise in den bereichen erfolg unternehmertum persönlichkeitsentwicklung zu deiner reise begleite mich und deine live aus meinen fehlern erfolgen und erkenntnissen um dein leben auf die überholspur zu bringen hallo hier ist der marco von business kung fu das wir jetzt mal so ein kleiner shorty werden und zwar geht es hier um das thema bücher ja also ich werde auch nicht müde es zu betonen also lesen ist unerlässlich sagt ja auch jeder andere erfolgreiche mensch also zumindest wasser aus dem bereich des marketings aus dem bereich immobilien also je nachdem welche namen du da kennst ob das jetzt ein ja was ich ein pascal fey ist ob das ein stefan friedrich ist ob das ein chris stellies ist ein torben platzer also die ganzen wirklichen erfolgreichen leute auch wirklich aus den usa die richtig erfolgreichen so ein warren buffett oder teil lopez oder ja also wirklich die ganzen erfolgreichen leute sind exzessive leser ja das war auch nicht anders mit steve jobs oder mark zuckerberg oder bill gates zum beispiel auch da solltest du mal überlegen wie ist das bei dir worin investierst du dein geld er ins netflix abo oder liest du auch bücher beziehungsweise liest du erfolgsbücher es geht jetzt nicht um irgendwelche trivial romane ja die sind zwar ganz nett abends mal zum abschalten auf jeden fall immer noch besser als irgendwie im betten mit dem smartphone noch herum zu hantieren liest du bücher die dich weiterbringen ja die dich inspirieren die dir neues wissen vermitteln die du wirklich durcharbeitest dann auch ja das heißt mit textmarker klebezetteln bleistift zum unterstreichen oder notizen machen bloggleich noch neben dran ja wie ist das bei dir also ich habe mir jetzt zur aufgabe gemacht das ist auch eine sache an die ich mich gewöhnen muss weil ich bin ja noch nicht so lange selbstständig jetzt und auf dem weg quasi zum unternehmer man hat da so ein komisches gefühl bei in dem moment wenn ich mir jetzt ich muss mir wirklich aktiv im kalender zeit zum lesen eintragen aber da wird auch wirklich nichts anderes gelesen als erfolgsbücher dann in dem moment und ich habe mir vorgenommen am tag mindestens eine stunde konsequent lesen schaffe ich nicht immer klappt nicht immer und das problem ist einfach wenn man so aus dem aus dem hamsterrad kommt ja erst mal angestellten verhältnis da ist ja lesen eher so die entspannung das heißt man hat vom gefühl her noch ja so den eindruck man tut nichts ja man entspannt sich jetzt man müsste eigentlich arbeiten aber es ist völlig falsch gedacht das ist genauso wie wenn du morgens so ein work out machst ja für den körper das bringt dir energie das klaut dir keine zeit ganz im gegenteil du bist fitter du bist viel leistungsfähiger du kriegst die arbeit besser auf die kette und hältst länger auch bis abends geistig fit durch das gleiche gilt dann auch wenn du viele bücher liest und das wissen in dich aufnimmst weil wenn du es dir zu eigen machen kannst dieses wissen dann werden die künftigen aufgaben in deinem business sofern das damit korreliert also da in den bereich auch reingehört werden die aufgaben für dich leichter ja die sind nicht wirklich leichter aber deine fähigkeiten wachsen und deshalb sind bücher so extrem wichtig und zwar halt einmal natürlich die erfolgsbücher die speziell auch für bestimmte bereiche geschrieben sind was ich zum beispiel das thema geld das thema ja psychologie das thema unternehmertum immobilien marketing online marketing was auch immer ganz ganz wichtig dass man sich da eben die essenz rausziehen kann aus den büchern und wir haben so diesen riesen vorteil heutzutage das ist im altertum oder noch vor 100 jahren kaum denkbar gewesen dass man sich sowas leisten konnte wo dann die ganze lebenserfahrung vielleicht von einem menschen drin steckt wo man dann diesen weg für sich rausziehen kann und in seinen weg integrieren kann um einfach schneller ans ziel zu kommen ich meine wie schlimm wäre das wenn man jedes mal das rad also im wahrsten Sinne des wortes das rad erst erfinden müsste bevor man ein fahrzeug hätte ja also quasi immer von null anfang die nächste generation also wir wären aus der steinzeit nicht rausgekommen ja und wir haben jetzt die möglichkeit gerade über sowas wie bücher ja weil videos und podcast und so ist alles super auch audiobücher aber wenn du ein buch liest ein richtiges buch ja und du arbeitest das richtig durch du arbeitest mit notizen das heißt du hast da auch noch diese ja diese haptik mit dabei dass du dir was rausschreibst und dich geistig damit wieder mit beschäftigen musst in dem moment ja es bleibt viel besser im gedächtnis wenn du es durch arbeitest weil ein buch verlangt deine ungeteilte aufmerksamkeit du kannst buch nicht nebenher lesen ja versuch mal aktiv ein buch zu lesen während du fern siehst habe ich schon tausend mal probiert klappt nicht ja also multitasking ist schwachsinn funktioniert nicht also zumindest bei männern nicht ob mir die frauen widersprechen okay weiß ich nicht also ich kann es nicht ja und auch laut gehirnforschung nee also multitasking funktioniert nicht wirklich ja wir müssen den fokus auf irgendwas legen auf eine sache und das ist eben der vorteil von einem buch es zwingt dich in den fokus ja sobald du einmal konsequent liest dann bist du wirklich da drin ja und bist nicht abgelenkt bei der autofahrt weil da irgendjemand dir auf die spur rüber zieht auf der autobahn oder irgend sowas ja ich hatte schon mehrfach im auto gehabt dass ich einfach gedanklich abgeschweift bin und dann wieder zwei drei vier kapitel zurückspringen musste erst mal bis ich mich gesammelt hatte dann wieder ja und das halt auch mehrfach manchmal ja und wie gesagt so ein buch zwingt dich in den fokus und das ist der vorteil ja bücher kosten geld aber steht in keiner relation zu dem was du darin findest an wert ja natürlich solltest du es nicht nur oberflächlich lesen und dann sagen aha war nettes buch paar erkenntnisse drin ich meine schau dir mal amazon rezensionen an egal zu welchem buch gibt es immer jemanden der es besser weiß ja da hast dann die erfolgreichen leute die es wirklich weit weit gebracht haben und seminare für tausende leute geben ausbildung machen coachings machen und so weiter also geben und immer wieder unter beweis stellen dass ihre methode ihr denken funktioniert und es gibt immer wieder leute die bei amazon zum beispiel dann eine ein sterne bewertung da rein geben und sagen also oberflächliche floskeln und ja also ja und ist immer spannend vor allem die leute die ruhig mal anklicken bei amazon und mal gucken was die nonst noch bewertet haben ja da habt ihr das nämlich ganz ganz häufig dass diese leute dann eben so alle möglichen autoren dann runter ziehen also da habt ihr einfach dann relativ negativen menschen das passt nicht in sein weltbild in dem moment deshalb auf jeden fall von den erfolgreichen menschen die bücher lesen auch neutral lesen ja also nicht direkt ja sich von emotionen mitreißen lassen weil es gibt natürlich auch bücher die schon so psychologisch so geschrieben sind dass sie dich mitreißen sollen ja und vielleicht ein vollgekauf dann irgendwas noch kommt also gibt da schon ein paar ja spezialisten für den bereich mein rat ist also was was ich dir wirklich ans herz lege ist regelmäßig bücher lesen mein ziel aktuell ist so ja zumindest dass ich alle zwei wochen ein buch durchkrieg ja ich sag mal von der lesegeschwindigkeit her ist das alles machbar theoretisch ist die zeit da aber wie gesagt man muss sich umgewöhnen wenn man vorher im angestellten verhältnis war weil man immer das gefühl hat man tut gerade nichts ja und dann geht man pc um zu arbeiten und erwischt sich irgendwann dabei dass man doch auf youtube unterwegs ist und sich halt da ein video nach dem anderen anguckt zwar schon teilweise erfolgsvideos und sowas aber die bringen dich nicht so viel weiter die können vielleicht einen kleinen denkanstoß geben und die umsetzung erfolgt dann quasi also die wissensaufnahme eher über das buch was ich dir da empfehle ist schau doch mal ob du die bücher gebraucht bekommst ja also ja gebrauchte bücher es gibt ganz viele plattformen internet ja zum beispiel medimops zum beispiel rebuy.de zum beispiel booklooker.de ja das sind alles internetplattformen die bücher ankaufen und auch wieder verkaufen wenn du zum beispiel auf rebuy unterwegs bist also ich habe jetzt erst wieder ein päckchen bestellt ja ich gucke immer mal wann die auch eine aktion haben zum beispiel jetzt versandkosten frei für zwei tage oder sowas ja und dann ab 20 euro dann schaue ich dass ich halt so im bereich von weiß ich nicht 20 30 euro bücher kaufe und da hast du dann bücher dabei die kosten 69 cent oder oder auch von den bekannten sachen also sich für einen napoleon hill denke nach und werde reich da habe ich eine ältere auflage jetzt gekauft ich glaube 1 euro 50 oder 1 euro 80 das ist nichts also ein buchpaket kommt die tage jetzt an da habe ich glaube ich 6 7 8 bücher drin und habe bezahlt ja gut 1 war ein bisschen teurer ein 2 stück 25 euro nee 21 euro und irgendwas waren das ja ich glaube 8 bücher drin leute das lohnt sich ihr könnt zum beispiel ich glaube bei rebuy geht das könnt ihr auch dann quasi eine wunschliste zusammenstellen und dann auf kaufalarm klicken und ihr kriegt eine e-mail in dem moment wenn die lieferbar sind ja selbst wenn die nicht vorrätig sind kriegt ihr dann immer eine e-mail geschickt sobald bücher die auf eurer liste sind lieferbar sind ja geile sache würde ich machen sucht euch die bücher die euch interessieren packt sie euch auf eine wunschliste also ich habe mich mal hingesetzt und ich mache das mache ich eigentlich regelmäßig setze mich mal hin für eine halbe stunde ja und immer wenn mir ein paar bücher in den kopf gekommen sind so ich gucke auf amazon ja und habe dann unten wieder buchempfehlungen gucke da nochmal rein ja und google mal nach nach diesen autoren oder schaue mal ein video dazu an wer sind die denn sind die bekannt oder nicht ja und da wird meine buchliste immer länger und die gebe ich bei rebuy ein und speichere mir die also immer auf wunschliste entweder sind die direkt da dann kann ich direkt auch mal was bestellen oder es ist eben so dass ich dann in dem moment die auf der wunschliste habe sie ist momentan nicht verfügbar und irgendwann kriege ich eine e-mail ja hier von ihrer liste sind diese folgenden bücher dann wieder verfügbar dann wird wieder bestellt günstiger geht es wirklich nicht mehr ja und das ist was was ich dir halt in diesem short hier mitgeben will ähm nutz das ja es macht nichts auch wenn man eine ältere Auflage mal von einem buch hat gut also ich sag mal so Thema online marketing solltest du möglichst aktuell sein alles was online ist das verändert sich sehr schnell vom wissen und von der technik her aber so bücher mit grundprinzipien zu bestimmten dingen ja auch psychologie oder sowas jederzeit ja auf jeden fall zugreifen wenn du die möglichkeit hast okay das war's soweit von mir mach's gut ciao dein Abo vielen dank dass du dir meinen podcast angehört hast wenn er dir gefallen hat dann gib ihm doch bitte eine 5 Sterne Bewertung empfiehl ihn weiter und kommentiere ihn ich würde mich sehr freuen wenn du mir auf instagram folgst und meiner exklusiven Business Kung Fu Community Facebook Gruppe beitrittst alle Infos findest du unten in den Shownotes bis zum nächsten Mal